Geheimnisse hinter Spare, als Ghostwriter Prinz Harry dazu drängte, bestimmte Dinge zu sagen. Seit der Veröffentlichung im Januar 2023 hat J.R. Möhringer ausführlich über seine Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit dem Herzog von Sussex an seine Autobiografie Spare gesprochen. Der Ghostwriter hinter Prinz Harrys umstrittenen und beliebten Memoiren Spare drängte den Herzog von Sussex, in seinem Buch über bestimmte Dinge zu sprechen, so Marina Haid. Im Gespräch mit Richard Osman in ihrem Podcast The Rest is Entertainment ging der Autor auf den Prozess und die Wirkung von Ghostwritern ein und nannte J. Er. Möhringer als Beispiel. Sie sagte, er wurde ausgewählt, weil sein Buch, über Andrea, Agassi großartig ist und man würde es nicht denken, ich meine, Agassi war dieser großartige Tennisspieler, er war ein Showman, aber die Biografie, die Autobiografie ist absolut brillant. Die größten Ghostwriter und eindeutig das, was mit Möhringer passiert ist, der einige Interviews gab, nachdem er Spare gemacht hatte, sagte, er habe Prinz Harry wirklich dazu gedrängt, immer mehr über bestimmte Dinge zu sagen. Punkt Marina fügte hinzu, dass bei manchen Büchern das wirklich Sensationelle oder das ganz Ruhe erst ganz am Ende kommt. Sie fügte hinzu, ganz am Ende, wenn man sich über mehrere Monate hinweg viele Stunden lang mit jemandem in seinem Haus unterhalten hat, kommt er zurück und es gibt eine Art Abwurf all der wirklich intensiven persönlichen Dinge, die dann in allen Schlagzeilen stehen und aus den Fortsetzungen herausgeschnitten werden. Punkt Nach seiner Veröffentlichung wurde Spare zu einem der am schnellsten verkauften Bücher und verkaufte sich in der ersten Woche millionenfach. Darüber hinaus gab Nielsen Bookdater bekannt, dass es kurz nach seiner Veröffentlichung das am schnellsten verkaufte Sachbuch in der britischen Geschichte wurde. Trotz der Verkaufszahlen und des daraus resultierenden finanziellen Glücksfalls erwies sich Spare jedoch als kontroverses Buch aufgrund der darin enthaltenen Behauptungen von Prinz Harry über hochrangige Mitglieder der königlichen Familie. Im Nachhinein gab es Gerüchte, dass daraus ein Film gemacht werden könnte, aber Quellen haben behauptet, Harry habe die Filmrechte an Spare gekündigt. Nach diesen Berichten haben sich Experten des Königshauses zu Wort gemeldet und Harry dafür gelobt, dass er die Rechte nicht aufgegeben und die Produktion eines Films verhindert hat, der seiner Beziehung zu seiner Familie nach Meinung einiger noch mehr hätte schaden können. Katie Nickel von Vanity Fair bemerkte in der Sendung Kinsey Scofield unfiltert, es ist wahrscheinlich eine der besten und vernünftigsten Entscheidungen, die Prinz Harry je getroffen hat, die Filmrechte zu behalten, denn hätte er sie verkauft, und dafür hätte er wahrscheinlich eine riesige Summe Geld bekommen, hätte er die totale Kontrolle verloren. Wenn irgendjemand in der Lage wäre, eine Filmversion davon zu machen, dann ist das, um ehrlich zu sein, nicht einmal vorstellbar. Ich denke, es geht weit über die Darstellung von Meghan oder Diana hinaus. Katie fügte hinzu, stellen sie sich das enorme Potenzial für noch mehr Schaden vor, der in seiner Beziehung zu seiner Stiefmutter Camilla, zwischen ihm und seinem Vater, zwischen ihm und seinem Bruder entstehen könnte. Man muss sich nur etwas wie The Crown ansehen, um zu sehen, wie sehr etwas, das so nahe an der Substanz liegt, die königliche Familie verärgern kann. Wenn etwas auf Harrys eigenen Worten basiert und verfilmt wird, kann das zu enormen Kontroversen und möglicherweise zu zahlreichen Rechtsstreitigkeiten führen. Er erzählte, wenn wir nicht gerade per Zoom oder Telefon kommunizierten, schrieben wir uns rund um die USMS. Zu gegebener Zeit war kein Thema vom Tisch. Ich fühlte mich durch seine Offenheit geehrt und ich konnte sehen, dass er darüber erstaunt war. Und er war voller Energie. Während ich immer Wert auf das Geschichten erzählen und die Szenen legte, konnte Harry den Wunsch nicht loswerden, dass Spare eine Widerlegung jeder Lüge sein könnte, die jemals über ihn veröffentlicht wurde. Wie Borges von endlosen Bibliotheken träumte, träumte Harry von endlosen Widerrufen, was ein Ende der Enthüllungen bedeutete. Wie Borges von endlosen Bibliotheken träumte, träumte Harry von endlosen Bibliotheken träumt. Untertitelung des ZDF, 2020